Wir haben dieses Jahr 25 Jahre Landenergie und wir sind hier in Ilshofen beim Hof vom Harald Weg und wir dürfen dem Harald Weg, der seit 25 Jahren treuer Landenergie-Stromkunde ist, heute den Hauptgewinn unseres Gewinnspiels überreichen. Herr Weg, Sie sind der glückliche Gewinner des Mercedes. Oh, es gehört jetzt ein Jahr Ihnen. Dann darf ich dir das wohl abnehmen. Jetzt musst du noch einen Schlüssel suchen. Ahhhh. Ahhhh. Sie brauchen wahrscheinlich noch Fehler. Ahhhh. Hier ist ich. Ich kann Arbeit an. Ohhhh. Ich glaube, ich will Schlüssel für den Schlüssel haben. Ich weiß nicht, das weiß ich auch nicht. Wo ist der Schlüssel? Ja auch. Doch. Ahhhh. Ahhhh. Ich bin Glück. 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 Oh, oh. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch Harald von meiner Seite Maschinenring Schwäbisch Hall und natürlich auch vom Landenergie-Team aus Neuburg, Maschinenring Deutschland. Herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns, dass wir so Mitglieder haben, die so lange treu sind beim Strom natürlich und auch für uns im Maschinenring Schwäbisch Hall. Ich bin seit 25 Jahren Kunde bei der Landenergie, bin zufrieden und wenn man einen Sprechpartner braucht, kann man anrufen. Er zieht enorm ab. Das Elektro geht ab wie Harry.